Wie ihr ja sicher gehört habt, hatten wir in den letzten 24 Stunden Ärger wegen der Situation mit diesem Taliban-Hass. Unsere Anwesenheit könnte den Konflikt weiter anheizen. Deshalb haltet euch fern. Dann bist du acht Stunden mit diesen Superbullen unterwegs? Sollten wir uns nicht von denen fernhalten? Sieh dich doch mal um. Das hier ist nicht Dänemark. Wir müssen demonstrieren, wer das Sagen hat. Was passiert? Das passiert, wenn man... Kollege braucht Hilfe! Kollege braucht Hilfe! Wie kommen wir hier raus, Juni? Warum sollte ich euch das sagen? Sie werden beobachtet. Wir müssen ihn gehen lassen. Er geht nirgendwo hin, sag ich. Er war ein liebevoller, junger Mann. Kämpft nicht wegen Talib. Wo ist mein Sohn? Stille! Wenn wir das nicht tun, wird alles nur noch schlimmer. Du sollst zurückgehen, verdammt nochmal! wird Come on!